Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 3. Ja, erstmal die Vorstellung. Ich bin euer Rampage, wer spielt jetzt hier? Der Simon, der bunte Abt. Der Matt natürlich. Jo, jetzt gegen euch. Und die Astro Gurke oder Killer Garneele oder einfach nur Fabi. Ich sterbe! Wir sind ja schon im Spiel drin. Ja Matt, komm du mal in meinen Squad rein. Wir wurden grad zwangsversetzt. Ich bin im Fabo-Spot. Dann spielen wir gegeneinander eben. Wir sind wieder mal mitten im Geschehen. Gut. Wow. So Marty, komm mal zu dir. Alter, wirft ihr da genau ne Granate vor mich? Wow. Ich hab gar keine Zeit in den Squad zu gehen. Ich bin immer noch am Leben. Alles klar. Bis jetzt ist es einer drin. Ja, geil oder? Oh, der Penner. Der Rampage-Penner. Den kenn ich auch. Jetzt bin ich tot. Äh, Squad. Was bist du für einer? Bravo. Ja, ich weiß, dass ich Bravo bin. Aber welcher Squad? Was ist denn das für ein Spornpunkt? Alles klar? Zum Glück guckt man jetzt nicht in mir zu und sieht, dass ich schon ewig kein Battlefield mehr gespielt hab. Oh, ja, hab ich das Glück. Zum Glück. Zum Glück wurde es ja sehr parteiisch entschieden, wer das in anderen hat. Ja, ja. Ne, Martin. Ja. Ich hab eben die Ehre auf mich genommen. Die Bürde. Dein Können auch zu zeigen. Ja, okay. So, schießen wir mal die Wand da auf. Ich hab's gar nicht drauf, glaub ich. Ah, ich muss ein ander, ein anderes Ding drauf machen. Viel zu, ähm... Viel zu, ne? Oh, Mann. Oh, das ist doch Dreck-Sniper, hätte ich erwischt, oder? Ja. Jiiiihihi. Jo, es läuft, ne? Nicht so gut. Mein Magen macht gerade komische Geräusche. Was, dein was? Mein Magen. Der ist schon ohne... Mein Wagen. Mein Magen, ja. Da hat's ja gerade so eine Mischung aus Knurren und, äh... Grummen. Irgendwie so ein... Grad von sich gegeben. Find ich komisch. Ist das komisch, oder? Ja, doch schon, irgendwie. Ich bin ein bissl, äh... Yeah, Doppelpistole-Kill. So gehört sich das. Oh, grad am Nachlade, Mann. Der Sack. Juhu. Hilfe, bei Kills. Ich mag die Map sogar meist beim Death-Nation, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja. Oh, das war der eigene. Zum Glück gibt's keinen Team-Kill. Ich camp nur rum. Das ist voll... pervers. Ich out mich... ...als Camper. Hobby Camper. Hobby Camper? Ah ja, ist toll. Na. Schön. Stuhl ausgeklappt. Es nützt jetzt gerade mal die Gelegenheit ein paar Waffe auszuprobieren. Oh, geh doch down! Geh doch down! Mann! Ich werfe mal Granate, kann es aber nicht. Jetzt. Na Martin, wie läuft es bei dir? Bei Martin läuft es gut, der ist nervös, der muss aufnehmen. Ich bin hier gerade schon fast tot. Na dann. Ist ja alles easy hier. Oh, da hat mich einer niedergehalten. Ich muss mal nachladen. Oh. Oh, hab ich auch schon kill? Nein, ich hab noch keinen kill. Oh, es läuft so schlecht. Oh, da stand noch mal einer drin. Alter, wie viele da da drin stehen. Können schlimmer sein. Ja. Oh, Simon, 0-6. Zwar so gut wie ich. Ja. Leider bist du ein bisschen besser. Ah, fuck. Nein, ich bin tot. Erster Kill. Uh, Fabian gekillt. Uh, du Schwein. Das hat er sich verdient. Das werde ich dir niemals verzeihen, Simon. Wollte sich jemand so anschleichen. Aufsatz draufknallen. Das Ölfahrer stand doch ein bisschen zu weit. Hergeholt. Ja, nehmen wir Sibbiner. Sibbisch gut. Hab ich gehört. Wenn's nicht gut ist, schreibt sie in den Kommentar. Ich stehe gleich nicht gut. Was ist mir nicht gut? Ach, nö.. Nö.. Das gibt's ja nicht... Das zwölfer Visier. 12-zoom. Zwölfer zoom. Zwölf-fahrer zoom. Na, immer in jeder Haltung. Ich bin hier voll im Nahkampf. Ich muss jetzt irgendwie in der Fernkampf. fuck daneben oh ich hab daneben geschossen ich hab ihn noch cold aber leider zu spät Martin sorry ich hab gedacht es ist einer von uns ich bin hier gelandet hier kommt jemand raus da kommt es weiter nein ich lieb die taglight die ist voll geil die packlight? die packlight, ne die taglight die taglight? Pistole ja ah ja ich bin leicht ne die ist geil da zwei treffer ist jeder tot wie ich behaupte schon wieder daneben oh da schießt du ich bin da grad ah da ist er direkt da ist er rein grad Tim ja das war ich ich hab gedacht die schießen schon vorne jetzt hab ich erst gemerkt die schießen schon hinten ne ich hab von hinten nix aber leider nicht auf den Kopf dr wo 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 knitsch wo 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 Schuss Konade Da bin ich wieder vor dabei Selbstmord Konade neben Hilfe! Hilfe! Yo, yo, yo Yo, yo Einer geholt und dann sofort weggesnipert, so geht ja. Snipers sind einfach übel auf der Map. Wunder, dass ich noch nicht gebannt wurde. Na, Snipers sind noch übel, wenn man auf den trifft, oder? Achso, ja. Daran wird's lege. Ja, aber gedacht, dass ich nix hinbrauche. Nein, dann hab ich geschossen. Ich zöger manchmal noch beim Schießen, das ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, na hier. Wo bin ich? Ich seh nix. Da war was. Alter, wie geht es? Gar nicht. 100% und ich leb noch. Ja, das klappt nicht. Es wird abgerundet, fair. Ja. Ich kann mir jemand mal etwas Health geben. Oh, da geht's wieder hoch. Ja. Wer mag das gut aufgräumt? Ich fang grad nicht raus jetzt. Oh, Mann. Wie schnell ich immer weg bin. Ich lebe halt voll lang. Es nimmt mich voll Wunder. Aber ich glaube einfach, weil ich immer in die gleiche Ecke stehe. Nein, daneben geschossen. No scope, bitch. Ja, Alter, ich hätte fast gehabt. Hätte daneben geschossen. Außerdem spielt schon ein Auto-Sniper, du Opfer. Ja, halt hier. Alter, dann ist ein Non-Scope-Kill irgendwie nicht so... Ja, aber ich habe halt ohne Anvisieren überhaupt so extrem... Ja, aber bei der Waffe ist das so schlimm. Master Chief mäßig geht es hier ab. Alter. Ach. What the fuck? Aufnahme, Mensch. Wie läuft es bei dir? Ich erinnere mich gerade nur so. Ich bin immer knapp vor dem Tod. Und noch renne ich davon. Ah, von wo denn? Nach hinten. Ich habe auf jeden Fall positive Statistik. Der Rest ist mir egal. Alter, wo sehe ich denn die? Oh Mann, ich sehe gar keine. Puh. 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 Also in dem Ding geht es gut ab, ja? Ja, allerdings gerade. Oh. Ja, klar. So ein Cheater, Mann. Ich habe mich doch gar nicht gesehen. Doch. Das hätte ich dir ja nicht abgeschossen. Ich habe auf seinen Fuß gebrochen. Ich habe auf seinen Fuß gebrochen. Nene, bei mir nicht. Bei mir hat man den Fuß noch gesehen. Alter, wo war der jetzt? Ich habe gar nicht gesehen. Das geht ja gar nicht. Oh je, ich bin einfach viel zu schlecht. Ich auch mal den. Ich auch. Das sind wir alle. Aber zum Glück. Zum Glück. Oh nein. Oh, verdammt. Verdammt. Ich gehe einfach nur drauf. Ich habe einen Ribbonen bekommen. Oh, jetzt kommt da noch einer. Mit seiner scheiß F2000, ey. Die ist so an der Dreckswache. Jetzt geht's doch mit. Ich verrege jetzt die ganze Zeit am gleiche. Oh, ja klar. Jetzt hat er natürlich den Granatwerfer. Wie konnte ich den? Wie habe ich den denn jetzt verfiebt? Verstehe ich jetzt nicht. So, das große Geschütz raus. Vielleicht bringt's da was. Was? Das große. Bis größer, bis kleine. Auf jeden Fall spannend. Steht ziemlich ausgeglichen. Ja, das ist echt. Ja, mal wieder ein Kill. Das ist nämlich der Sniper. Ich könnte gerade niesen. Tu's doch nicht. Ich verunterdrück's. Aber schwierig als Sniper. Ja. Die sind ja alle in dem Gebäude drin, wenn ich das jetzt richtig sehe. Hat der jetzt die Granate geworfen oder? Irgendwie hat meiner hab ich gegengedrückt und meiner drückt nur die Waffe nach unten und zieht sie wieder hoch und nichts passiert. Sehr schön. Danke, Kacke. Der hättest du mich fast gehabt. Ich weiß. Ach, da kommt wieder der Depp von der Seite, ey. Irgendwie die gleiche. Leerer F2000. Wir übernehmen die Führung! Los, jetzt! Alles klar! Wobei, der hatte nicht mal eine. Egal. Tsk. 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 Ich hab soviel Schuss an dir verballert. Ich hab nicht gewusst, wie du bist. Ey, was hat der denn vor? Der Tomahawk oder sowas? Keine Ahnung, sechs mit. Nachladen jetzt. Ich hab den Schuss am Fabi verballert, ey. Da war irgendwie so ein Geländer vor dir oder so, und dann konnte ich dich nicht treffen. Aber niedergehalten hab ich dich anscheinend. Ja, das hörst du mich allerdings. Die ganze Zeit alter gesagt. Ja, mach's die deutlich, ich bin überhaupt nimmer in Übung. Das erste Mal seit, äh, ja, seit letzter Aufnahme. Bist du nicht in Übung? Bist du nimmer in Übung seit dort. Wahnsinn. Ach, wie lange ich jetzt für den gebraucht hab. Juh. Schleber. So geht's ab. NAH! Das gibt's doch nicht. Ich will ihn auf den Schießer und in dem Moment spring da und ich schieße genau unter ihn. Sehr gut. Das ist so echt geil jetzt. Ja, boah. Der ist einfach. Mit der SKS? Na gut, ich hab schon angefragt. Na, ich sollte nicht auf den. In der Bestand schießen mit dem Ding. Pfff. Ander zu kümmern. So, sind wir jetzt gelandet. Direkt neben der Granate. Oh, nice. Ich glaube, ich steh jetzt. Ja, natürlich. Ich schieße nicht so viele Schüsse mit dem Kirsten. Die draußen. Also die F2000 finde ich schon übel, ja. Ja, die ist schon übel. Ich glaube, hier so lange Distanz ist die echt krank. Hab's doch leider noch nicht. Ich hab's ja, aber ich benutze sie nicht. Ne, ich halte es als nächstes frei. Jetzt kommt der doch einer raus. Jetzt kommt der doch einer raus. Ist immer das eigentlich. Ja, ich hab die ganze Zeit gerade ausgeguckt und da kam nix. Und dann guck ich links rein und dann kommst du in die Ecke. Ja, und dann lade ich wieder nach und geh rein. Und in dem Moment steht da einer. Mir ging's auch nix besser. Oh, cool, dann. Nacht. Wow, pfff. Das ist Schüler-Spawnpunkt direkt vor der Granate. Ach. Hab ich eben. Ja, toll. Ich spawn da direkt. Das ist später. Kann ich ja gar nix machen. Oder hab ich Zivort? Ah. Ist schon mal Glück, weißt du. Und der Kacke spawnt auch vor. Genau, da hast du spawnt mal. Das ist doch scheiße. Was ist denn das für ein Spawnpunkt? Direkt auf dem freien Feld. Ich hör nur noch, wie's knattert und pfeift und dann bin ich weg. So, Bitch. Dann hab ich... Ah, Granate! Der hat immer ne gleiche Pumpfish. Ja, ich hab gedacht, ich soll ich weiterziehen oder soll ich's riskieren? Dann hab's riskiert. Ich bin immer hier gespawnt worden. Ich bin immer da gespawnt worden. Nirgends anders. Alter, ich steck ja grad richtig in der Scheiße. Fuck off. Ah, das gibt's doch net. Ah, jetzt, jetzt werde ich aggressiv, ey. Volle. Brrrr. 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 Komm, holt mich. Der andere ist aggressiv, ne? Brrrr. Ja, Mann. Jetzt werde ich... ... ... ... ... ... Piss dich. Aua, 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 da hinten ist einer. Ach, den kann ich garne kriege. ... ... ... ... ... Ich bin der Schnell Ich bin der Ich bin der Ich bin der kaputt im Nahkampf bin ich voll schlecht mit das Neuver irgendwie, da krieg ich es einfach irgendwie nicht hin, auf den Kopf zu zählen, obwohl das ja eigentlich der Kopf viel größer ist als der Körper wir haben gerade die Führung verloren yeah, Granate kill da muss das ach oh der Nebel gibt's das da verlasse ich wieder das Gebiet wow, das war das schlecht find little snarper find little snarper oh wo bist doch irgend so was boom headshot so Martin, wie läuft's denn bei dir? nicht so gut nicht so gut ich denke, die Statistik sei für alles ah, da steht auch einer joa ja ja ja, ich glaub nicht, dass du dich auf ne Duell einlassen willst, oder? wuuuh, ist ein Killer ne, ich hab eigentlich die Nock genommen, weil der Oberpa aufm Dach war und die wollte ich mal runterschießen, weil ich die die ganze Zeit abgeknallt hab komm ich da jetzt drüber, oder? herrscht zu blöd um über zwei Dinger zu springen oh Alter, wie auffällig du da rumlegst, ey Alter, ich wollte ein bisschen auffällig mal rumliegen, dass mich auch jemand trifft, oder? weißt du, dass man das, äh, ne? ja ja, ja, weiß ich aber, aber ich hab gedacht, wir machen wir auch ne 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 geht auch oh, jetzt laufen meine eigenen mir in die Schussbahnen ach fuck boom joo, komm plugshot, kriegt jeder mal hin boom ich bin sogar nachher nachteil, ich muss, im nachteil, ich muss jedes mal raus, äh, aus dem Scope das mach ich auch immer, weil du kannst ja nicht drin bleiben, weil dann bleib ich ja auf dem Fleck stehen aber ich mein zum Nachlade ja, ich weiß schon was du meinst, und das muss ich ja trotzdem auch machen weil sonst muss ich ja auf dem Fleck stehen bleiben, das ist ja irgendwie dumm ich dachte, die Snipern töten mit einem Schuss nicht alle nur einen Kopf triffsch ja, aber das macht ja jene Wache wow sag mal, jetzt irgendwie gehts grad schluss ey, da war doch voll drauf gibt's doch nicht ey, jetzt hat's eh ewig Glück fuck auf, wer oh, das oh, niederhalten nein geht's doch nicht schon wieder an der gleichen Stelle gestorben, das gibt's doch gar nicht besser an der gleichen Stelle sterbe, wie an der gleichen Stelle, ne wow aah, fuck kleines bisschen zu langsam da liegt einer ach grrrr Alter, wieviel da stehen, das ist nicht mehr feierlich ich komm jetzt von der anderen Seite, dass das grad wahr ist da stehen fünf Sniper gucken in eine Richtung ach ach da kommt einer von hinten gibts doch nicht die ist nicht feierlich nicht feierlich ist das aah, Manni, du Penner ha 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 hab ich dich, na, ich war zu weit weg wahrscheinlich um dich zu treffen, ne ja, hab ich mir nicht gedraut, was aber ich hab dich markiert was was ist das denn für ein Spawnpunkt, Mann ist sofort tot direkt vor dem Gegner ach nein und schon wieder vor wo, vor wo auf dem Dach ach, nö, ey warte auf, Simon, oben auf dem Dach ist einer es sind einige es ist noch einer von uns es geht doch nicht ja, ich weiß bla 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 ich verlasse Gebiet ge bla 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 ach, das ist doch scheiße siehst gar nichts wenn das Gebiet verlassen ist und dann knallt ich da einer ab, weil du da stehst es geht doch nö es geht doch nö ich steh wohl ey, sag's mal elende Camper hier an der Ecke oh, damit musst du immer rechnen, oder das Camper das weiß ich nicht, gut oh, ich bin auch grad zu der Camper, ähm gegangen elende Sniper hier überall Achtung, Mathe, da kommen zwei Stück hat er mich markiert, oder was? warum wusste er, dass ich genau um die Ecke komme? ach, ich hasse diese M-9-8-B okay, damit killst du wirklich jemanden mit dem ersten Schuss und die schießt scheiße weit noch dazu geht doch nö oh, verlinke, ja oh, man wie schlecht es einfach läuft der sitzt der sitzt, der sitzt ja immer noch an der gleichen Stelle und keiner holt ihn oh Helmut ich hab dich aah man aber ich hab noch andere Call in der Zeit ach, jetzt muss ich lachladen, der Penner rrrr 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 da werd ich aggressiv werd ich da ja alles ist ein Gegner scheiße hey, ich bin befördert, wuhh kein Wunsch Fanate Squad, wuhh das gibt's doch nicht ach, was war jetzt los? ach, so ein boah, ich hasse diese Sturmsoldaten mit ihrer F-2000 ich hab irgendwie das Gefühl, die müssen nur zweimal auf den Körper treffen und das reicht hm kann mich aber auch irren ne? kann man kann man, muss man nicht ach, ja von wo, von wo, von wo liebe Gegner Lies, kommt doch mit zu mir ich würde gern zu dir gehen für einfache Kill ach, für mich für mich rumkämpfst du da irgendwo rum boah da hat mich ja einer mit der Karte hat er sich es wünscht sich immer jemand ein Simon 1 gegen 1 gibt's im Krieg selten ja, aber irgendwie wenn ich mir hilft nie jemand und wenn ich einen abschieß, dann kommt immer einer noch von der Seite oder sonst will ist doch nett jetzt hab ich den 3 Schuss auf den geballert oder die seh ja alle gleich aus nein, der Nebel so, die Runde dürfte bald entschieden sein der ist jetzt so, die Runde so, die Runde sind wow da schießt einer mit dem Rocket Launcher Juhu, Suppression Metal. Immerhin krieg ich ein paar Punkte. Meine Sniper stöhnt. 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 Stöhnt, man. Stöhnt extrem, weil ich die ganze Zeit Schiff drück. Stöhnt der Sniper. Ach, der Penner will mich verarschen da drüber. Das seh ich gar nicht. Ah, da, okay. Hab ich. Da war doch noch einer. Merkst du was? Wirst, glaub ich, mich gar nicht sehen, oder? War, von der Seite. Wo oben. Schön, dass ich dann, okay, Stückle Ege. Nee. Ganz getarnt. Der war, der rechts oder der? Oh. Inde. Das gibt's nicht, oben. Dach der Penner. Ja. Unfair. Noch oben. Kurwa. Ja, kurwa. Scheiß, bereit, Mann. Hey. Wie geil war das, bitte? Ich geh da auch noch einer belebten Schlemmer. Bin ich doch fast dran an der positiven Statistik. Hey, ich bin auch mein Statistik. Ach, das ist doch eh Huhu. Eh Huhu nisch das. So, jetzt. Du musst aber dran glauben, da oben der Penner. Wo vor? Auf dem Dach. So. Na, den eine hab' ich. He, den Ewe. Gewinnen wir jetzt, oder verlieren wir jetzt, Simon? Ich verliere. Ah. Der Martin, ich gewinne. Sind sie schon sche... echt. Nein, ich wollte grad noch schießen. Oh je. Dein Team ist nicht gebunden. Ja, da hab ich jetzt noch mal. Ich bin nicht klärt. Ich sehe euch gar nicht ganz unter der Statistik. Ja, ich bin auch später als Sniper eingestiegen. Ach so, daran lag so, oder wie? Ja, am Anfang war ich ewig schlecht. Ja, die ganze Abzeichen will hier niemand sehen. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ich hab übelst viel. Das hört gar nicht mal auf. Ja, ich hab noch mal einen Aufkreuz, sieht man, ne? Ich mach mal auf einer unter 0,5 Statistik. Hey. Also ich bin mit 45,30 ganz zufrieden. Ich will meine gar nicht weiter angucken. So, mach mal fertig hier. Wir müssen noch ins Bett. Was sonst was? Ich verabschiede uns, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, Leute. Ciao. Mit Kakao.